Hallo Tobi! Katja! Heute eröffnen wir das Türchen Nr. 20 und heute versteckt sich hinter unseren Türchen, der Docsafer von der Firma Cardoc und mit dem habt ihr euren Hund immer sicher an der Leine. Ich zeig dir noch wie das funktioniert. Ist das ein braver Hund? Ja, wir haben einen tollen Hund, gut erzogen. Einfach die Karabiner öffnen und einfach um den Reifen herum zuschließen und hier praktisch die Leine vom Hund einfach einhängen. So ist euer Hund immer sicher angebunden und kann nicht gleich gehen wir Gassi. Jetzt hast du es gleich geschafft. Du bist aber ganz ein braver. Servus und schöne Wauwaus.